Was ist 1001 Gewürze? 1001 Gewürze hat sich damals auf die Flagge geschrieben, den Porsche unter den Gewürzmischungen produzieren zu wollen. Und genau das tun wir und zwar mit ganz viel Herz und Leidenschaft. Also wir verwenden ausschließlich beste Rohzutaten, wir arbeiten ausschließlich nach eigener Rezeptur, wir produzieren in kleinen Chargen frisch und bringen so wirklich Gewürze auf dem Höhepunkt ihres Aromas an den Kunden. Überhaupt nicht. Im Gegenteil war das eher für mich so eine leicht angstbesetzte Vorstellung, weil ich als Kind zwar ja selbstständiger groß geworden bin und durchaus auch die fiesen Zeiten und die Schattenseiten kenne. Es war dann so, dass das Leben mich dahin geschubst hat und heute bin ich wahnsinnig froh darüber, dass es so kam. Aber das habe ich damals nicht wissen können. Die Gründungsidee, ich muss hier ein ganz bisschen ausholen. Es war so, das ist ja ein Familienunternehmen gemeinsam mit meiner Mama und die hatte eigentlich vor, ein Kochbuch für Kinder zu schreiben. Sie hat mittlerweile 30 andere Kochbücher geschrieben, nur keins für Kinder. Was sich aber wie ein roter Faden durchzog, war immer das Schwerpunktthema Gewürze, weil das ihre ganz große Leidenschaft ist. Und tatsächlich hatten wir, und da kommen wir zur Ursprungsidee, vor, dass die Zeitschrift Brigitte eine Rezension über ihr erstes Kochbuch schreibt. Das wurde ein zehnseitiger Artikel mit der kleinen Bedingung, doch bitte einen Online-Shop zu gründen. Ja, die Zeitschrift Brigitte, wo wir eben dieses, oder wo meine Mutter dieses erste Buch vorstellte, war alles etwas schicksalhaft. Sie hat für das Buch erste eigene Gewürzmischung entwickelt, die sie in filigranen Reagenzgläschen in ihrer Handtasche trug. Eines zerplatztes, war unser persisches Rosengewürz. Und nicht nur die Redaktion duftete also nach Rosenblüten und Zimt und Kumin, sondern die Redakteure waren total angefixt. Und die haben dann gesagt, nee, 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 wir machen eine große Strecke, zehn Seiten Story in ihrer Kitchen. Aber Bedingung ist, Leserinnen wollen Gewürze nicht lesen, die wollen die riechen, die wollen damit kochen. Traut ihr euch zu, einen Vertrieb auf die Beine zu stellen? Und so ist die eigentliche Idee entstanden und somit mussten wir natürlich auch ein Produkt haben, was wir dort anbieten. An 19 von 20 Tagen nicht. Es gibt dann mal einen dunklen Tag, wo du irgendwie Stress hast oder einen finanziellen Engpass oder irgendwas. Da lockt dann auch mal die Idee einer ach so soliden Festanstellung. Wobei ich sagen muss, wann immer ich mich mit Freunden austausche, die in der Situation sind, stelle ich fest, die haben ganz ähnliche Sorgen. Und an den anderen 19 Tagen strahlen meine Augen und ich will nichts anderes. Zu Beginn der Selbstständigkeit war das ehrlich gesagt noch gar nicht so groß. Wir hatten zwar die große Herausforderung, mit wirklich eigentlich nicht vorhandenem Startbudget was aufzubauen, hatten aber ein Produkt, was es uns möglich gemacht hat, erst mal so von der Hand in den Mund zu wirtschaften. Das bedeutet, wir brauchten nicht gleich Räume, wir konnten das erst mal von zu Hause aus machen. Dieser ganze Online-Bereich, wir konnten mit Freeware arbeiten. Wir haben also nicht gleich das Teuerste und Beste, sondern wirklich ganz down to earth angefangen. Und auch bei den Verpackungen haben wir anfangs darauf geachtet, dass wir sie halt in kleinen Mengen günstig schnell eingekauft bekommen und schnell wieder nach. Und haben jetzt nicht erst mal irgendwie einen fünfstelligen Betrag in die Hand nehmen müssen, um überhaupt was auf Lager zu haben. Hätte das Ganze eine längere Vorgeschichte und Überlegung und Planungsphase gehabt, hätte man es vielleicht anders gemacht. Aber so muss ich sagen, das eigentliche finanzielle Risiko kam für mich erst im Laufe der Jahre, immer wieder in den Wachstumsphasen. Und auch jetzt, 14 Jahre nach Gründung, stehe ich gerade wieder an einem Punkt, wo wir einfach einen Wachstumsschritt realisieren mussten und müssen. Und jetzt muss ich es wieder reinfahren. Und das macht mir manchmal Stress, Also, cool sind bestimmte Freiheiten. Damit meine ich nicht, ich trödele jeden Tag erst um elf ins Büro oder sowas, sondern ich muss mich im Zweifel mit keinem absprechen, wenn ich meine Termine lege, wenn ich meine Prioritäten sortiere und ich empfinde, eine der größten Freiheiten ist es, Nein zu sagen, wenn man vom Bauchgefühl mit einem Projekt nicht im Einklang ist. Das sind die Sachen, die mir richtig gut gefallen. Und der riesengroße Luxus, dass ich ein Produkt habe, was ich wirklich liebe. Ich wüsste nicht, welche Anstellung mir das bieten soll, dass ich 100 Prozent dahinter stehen kann. Das geht sozusagen alles auf die ganz, ganz toll Seite. Weniger toll und das, was einem auch wirklich manchmal an die Nieren geht, ist eben die Verantwortung, die man trägt. Je größer das Team geworden ist, desto größer ist der Fixkostenapparat. Und dann kommen wir drei dünne Monate und dann ist es halt ganz schnell so. Das macht mir immer noch keine große Freude. Das wird mir auch in 10, 15 Jahren keine große Freude machen. Aber tatsächlich lernt man, damit umzugehen. Ich kann jetzt auf anderthalb Jahrzehnte zurückblicken. Ich weiß, ich habe solche Zeiten schon überstanden. Ich habe wieder Kräfte mobilisiert. Es hat sich wieder eine neue Tür geöffnet. Darauf vertraue ich mittlerweile auch. Und tatsächlich muss ich sagen, ich habe seit zwei Jahren den besten Lehrmeister, das ist mein kleiner Sohn Max, und egal wie viel Schlaf und Nerven so ein Kind rauben kann, Gelassenheit bringt er dir bei. Und das kann ich auch auf den Job anwenden. Das ist großartig. Ganz ehrliche Antwort, ich wusste es überhaupt nicht. Ich habe es durchs Machen gelernt und war dann manchmal selbst erstaunt, wie schnell und gut ich da reingewachsen bin. Also es war umgekehrt. Ich musste erst in diese Rolle geschubst werden, um mich dann darin zu Hause zu fühlen.